Das Zuse Computermuseum in Hoyerswerda lud am vergangenen Wochenende mit einem Künstler-Workshop zum Selbstgestalten ein, von der Idee bis zur fertigen Umsetzung. Das Besondere dabei, hier wird nicht gemalt oder gezeichnet, nein, um ein Kunstwerk zu erschaffen, beginnt hier die Arbeit am Computer. Produktdesigner und Künstler Tom Witschel erklärte, wie alles funktioniert und unterstützte die Kursteilnehmer mit passenden Tipps und Ideen. In diesem Workshop habe ich halt ein Skript gecodet, was verschiedenste gestalterische Formen annehmen kann. Man sieht hier so als paar Beispiele dann, was denn alles so für Formen herausgehen können. Und die Teilnehmer können sich ihr eigenes Kunstwerk im Endeffekt mit diesem Code erstellen. Ich bin aber auch hier Künstler und stelle auch aus. Also man kann auch hier gerne in das Z.C.M. Zuse Museum kommen, um sich entsprechend die Kunstwerke von großen Pionieren der Computerkunst, wie Frieder Nagel, anzuschauen. Und natürlich auch zeitgenössischen Kram von mir. Der sogenannte Plotter, eine CNC-Maschine, hier von Tom Witschel selbst gebaut, bringt dann mit den vorher einprogrammierten Befehlen die Linien aufs Papier, bis daraus ein fertiges Kunstwerk entsteht. Farbe und Stärke kann dabei selbst festgelegt werden, indem man den passenden Stift vorher in die Maschine einspannt. Bei der sogenannten Plotter-Art steht so also nicht nur das fertige Bild, sondern besonders auch der Entstehungsprozess im Vordergrund. Tom Witschel selbst war unter anderem als Lehrbeauftragter bei der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle tätig und arbeitet derzeit als Designer für den Verein The Constitute in Dresden. Das Z-Com hat erst kürzlich einen eigenen Plotter angeschafft und plant zukünftig weitere Workshops, für diese besondere Kunst anzubieten.